Was war das geil gewesen. Im Elbino schichten zwei Prozedorte weiterkommen. So richtig, richtig geil. Ich bin schon noch bald auf die nächste Prozedorte und es gibt keine Auslosung. Aber eines ist schon mal klar. Wir müssen keinen Pokalkickner mehr züchten. Das war so richtig, richtig geil. Hat mega Spaß gemacht. So. Das war's für heute. Auch in der Pokalkick. Auch in der Breden. Das war's für heute. Ciao, ciao.